Kurz aufgemerkt, liebe Fans der Sammlerkunst, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Realtalk. Ja, ich sitze hier und komme gerade von Smith Toys. Smith Toys ist ja wirklich ein Spielzeugparadies und wenn man da ist, da kann man sich ja wirklich das ein oder andere Schmankerl anschauen. Ja, sei es von den Masters of the Universe, da gehe ich, deswegen gehe ich eigentlich schon mal höchstpersönlich dahin und schaue mir an, was es da günstiges gibt von den Masters. Da sind wir auch schon beim Thema günstig. Ja, denn ich musste feststellen und das gilt auch für Barbie. Ja, also für Leute, die Barbie-Fans sind. Ja, gibt es ja vielleicht nicht so viele auf meinem Kanal, aber es gibt diese. Unter anderem auch den Schlager-Guru, er ist ja großer Barbie-Fan und alleine da sehe ich daran, dass die Preise mittlerweile in den Keller gehen. Bei den Masters, ja, da gab es einen Terraclav Skeletor für unter 10 Euro oder auch Battle Cat, Stridor, den Windrider, alle für unter 10 Euro. Hallo, vor paar Monaten haben wir wirklich sehr, 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 sehr viel Geld dafür bezahlt. Ja, für so einen Battle Cat mussten wir, da erinnere ich mich noch sehr, sehr, sehr gut dran, wo der Battle Cat rausgekommen ist. Das war im Juli 2020. Da habe ich wirklich einen horrenden Betrag bezahlt, nur um ihn als erstes hier in Deutschland vor die Kamera halten zu können. Den gab es, wie gesagt, für unter 10 Euro bei Smith. Guck mal, hier ist ja Ludwig erst mal. Ludwig ist wieder da. Ja, die Leute vermissen ihn, wenn er mal nicht im Video ist. Da machen die Leute sich schon um dich Sorgen, Ludwig. Ja, Ludwig war auch geschockt, wo er das gesehen hat. Und man sieht auch unter anderem auch die He-Man 21 Serie. Da gibt es bei Smith unter anderem die Sorceress, aber auch Evelyn für unter 5 Euro. Ja, bei der He-Man 21 Serie, okay, die kam ja irgendwie nie so richtig gut an im Verkauf. So scheint es, weil sie werden wirklich bei Smith Toys richtig vertickert. Aber bei den Origins, Hammer, wie günstig die geworden sind. Und da macht man sich ja schon ein wenig Sorgen. Vielleicht auch unberechtigte Sorgen, denn natürlich, Smith Toys muss seine Lager freiräumen, ihre Verkaufsfläche, damit neue Produkte kommen können. Natürlich auch neue Produkte von den Masters. Aber ich habe auch gesehen, bei uns hier in Düsseldorf, da ist auch der Platz, wo früher wirklich, sagen wir mal, die Hälfte des Ganges für die Masters reserviert waren, ist mittlerweile sehr, sehr, sehr geschrumpft. Und wie ich schon gerade sagte, klar, die Läden müssten Platz machen für neue Ware, ja für eventuelle neue Waves. In diesem Fall für die Masters. Dann ist das auch nicht so untypisch, dass die sehr günstig wären. Das war ja in den 80ern genauso, ja. Da wurden sie am Schluss ja auch so verramscht. Okay, dann kam ja auch das Ende. Aber ich glaube, da muss man sich erst mal keine Sorgen machen, denn Mattel hat ja wirklich sehr, 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 sehr viel angeteasert. Ich habe ja davon berichtet hier in meinem Neuigkeitenmagazin in der April-Ausgabe. Aber trotzdem macht es einem zu denken, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld bezahlt hatte, dass es jetzt sehr, sehr, sehr günstig gibt. Weil wir alle haben diese Sachen ja teuer vorbestellt. Oder wahlweise auch zum Zeitpunkt, wo sie wirklich im Laden waren, haben wir sie uns natürlich auch teuer, im Gegensatz zu heutigen Preisen, auch uns auch teuer, haben wir uns diese beschafft. Und dann ist die Frage, sollte man warten, bis die Preise grundsätzlich runtergehen mit der Beschaffung von seinen Lieblingstoys. Da wir ja auf meinem Kanal sind, ist natürlich, da unser Hauptfokus ja natürlich auf den Masters liegt, ja, beschränke ich mich mal auf die Masters. Ja, das gilt natürlich auch für Barbie, Star Wars, äh, was gibt's noch? Pokémon, äh, Natal, was, was, was? Oh, es gibt da, ich weiß, was es jetzt alles gibt. Aber beschränken wir uns erstmal auf die Masters. Das ist, glaube ich, besser. Für mich auch ein bisschen mehr, wo ich mitreden kann. Barbie, da müsste hier der Schlagerguru sitzen. Dann würde er über Barbie erzählen, dass da nämlich auch die Preise purzeln. Zwar nicht so extremst wie bei den Masters, aber auch bei Barbie, bei Smith, wenn man so schaut, haben sie auch wirklich große Preisnachlässe. Und natürlich, wenn man so guckt mal, dann macht man sich schon Gedanken. Ja, ich kann leider nicht anders. Ich muss denn leider die Sachen relativ am Anfang haben. Deswegen greife ich denn meistens, das haben natürlich meistens alle Hardcore-Sammler von irgendeiner Toiline gemeinsam. Wir bezahlen fast jeden Preis dafür. Und jetzt, wenn ich überlege, so ein Strider, da habe ich, glaube ich, 35 Euro für gezahlt, glaube ich. Das war 35 Euro. Jetzt für unter 10 Euro, genauso wie gesagt, Battle Cat oder der Windrader. Das ist schon natürlich eine Preisansage. Und der Schlagerguru, der kommt ja mittlerweile von Barbie, hat ja noch ein neues Sammelgebiet entdeckt. Ja, da bin ich ja eher mit konform. Das ist nicht Masters. Ja, er steht dann öfter vor den Masters-Regalen und denkt sich, wie heute zum Beispiel, auch den Terraclav Skeletor, ja, der BH Skeletor, den hätte ich gerne. Und er sagt, ja, guck mal hier, unter 10 Euro, 9 Euro, paar zerquetschte. Sag ich, ja, pack ein. Ja, hat er sich geholt, damit er sich neben Barbie sich den hinstellen kann, weil Barbie auch rosa ist. Und Skeletor hat natürlich auch einen rosa BH an. Mein Ludwig, das ist heute los, der ist so aufgeregt. Oder schon alleine jetzt, jetzt ist ja auch so ein Knaller gewesen, da stand ich vor und habe kurzfristig überlegt, ich muss ihn mal hier drauf tun, den Ludwig, sonst tappst er, tappst er, tappst er, tappst er rum. Er weiß wieder, es ist was Besonderes. Das Licht ist an, die Kamera ist an, dann weiß er, oh, die Fans wollen auch Ludwig sehen. Dann kommt er schon an, getappst. Die Castle Greyskull, das ist ja zum Beispiel ein richtiger Werteverfall. Da habe ich ja, wo sie erschienen ist, das muss, wann war das, vor zwei Jahren ist sie erschienen, da habe ich ja noch knapp 100 Euro für bezahlt. Jetzt bei Smith Toys, ich glaube, mich trifft der Schlag, unter 35 Euro, das Playset Castle Greyskull. Ja, das ist schon wirklich einer, da kann man nicht Nein sagen. Ich stand wirklich davor und habe überlegt, obwohl ich die Burg zweimal habe, einmal ausgepackt, einmal verpackt, soll ich die Burg nochmal holen? Wie krank ist das denn? Die habe ich mir dann bei Smith dann angeschaut, weil das gab nur noch eine, ein Karton mit der Castle Greyskull, die habe ich mir rausgekramt. Stand da mindestens fünf Minuten, mindestens fünf Minuten, habe sie mir angeschaut und habe mit mir ein innerliches Zwiegespräch gesucht. Holen, ja oder nein? Da ploppte plötzlich auf meiner rechten Schulter das Engelchen und sagte, ja für 35 Euro, da kannst du ja nichts falsch machen, vielleicht ist die Sorceress auch, die weiße Sorceress mit da drin, mit den neuen Kniegelenken. Pfff, machte sich dann auf der linken Seite das Teufelchen auf und sagte, nein, hol es auf keinen Fall. Es müsste umgedreht sein, das Teufelchen müsste mir, das Teufelchen hätte mich da sagen müssen, ja, kauf es. Das Engelchen sagte, nein, achte auf deinen Geldbeutel, du brauchst das nicht. Und der Platz, den Platz hast du dafür nicht. Ich habe letztendlich die Castle Greyskull für unter 35 Euro nicht geholt. Nur das ist wirklich die Frage für mich und vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr so die Preise seht, seid ihr innerlich auch in diesem Konflikt, wo ihr sagt, vielleicht sollte man sich mal in Geduld üben und warten, bis die Preise etwas humaner werden, bevor man sich die Sachen holt. Oder seid ihr genauso wie ich leider gepolt und das ist wirklich für meinen Geldbeutel leider. Nee, ich muss das sofort haben, wenn es erschienen ist. Weil dann ist man glücklich, man weiß, man hat das, man hat den Stress nicht mehr, ob es später noch verfügbar ist. Also da bin ich zur Zeit wirklich hin und her. Das ist genauso wie mit Preordern. Preordern, das neue Vorbestellen. Bestellt ihr noch vor oder holt ihr euch da die Sachen, wo es gerade verfügbar ist. Ich spreche mit einigen Fans, meistens aus dem Masters-Lager, Klaro, und die sagen, ja früher, das war bei mir genauso, am Anfang, wo die Origins rausgekommen sind, das war das erstmal ein Toy-Hunting. Die waren noch nicht überall hier in Deutschland verfügbar. Dann hatte Smith, ich glaube Smith waren auch die Ersten, die sie im Laden hatte, dann waren nicht genügend da und man musste wirklich immer anrufen. Da gab es noch nicht so dieses Click und Collect. Anrufen, ist das da verfügbar, können sie es zurücklegen, ich komme sofort. Meistens war es nicht verfügbar oder wenn es verfügbar war, war es auch sehr schnell weg. Da war es noch ein ganz anderes Toy-Hunting. Dann hat man wirklich auch vorbestellt, auch bei diversen Online-Stores habe ich vorbestellt, nur damit ich die Figuren relativ rechtzeitig bekomme. Dann habe ich natürlich auch alle wieder abbestellt. Wenn ich die hatte, dann konnte ich wieder abbestellen oder habe es sogar vergessen und wunderte mich, hey, warum hast du jetzt wieder ein Paket, warum hast du jetzt den 1,8 Milliarden He-Man da drin liegen? Ach klar, ich hatte ja vorbestellt und vergessen. Ist ja mit Vorbestellen genauso. Dann ist ja Vorbestellen, heutzutage lohnt sich das noch bei den Masters. Man verfällt da, ich habe jetzt wieder mal vorbestellt, das habe ich lange nicht mehr so gemacht, das habe ich jetzt beim Big Bad Toy-Store habe ich vorbestellt und zwar alle gelisteten, neuen, angekündigten Figuren der Master-Verse und der Origins Toy-Line. So, normalerweise mache ich nicht. Normalerweise ist mein Prinzip seit neuestem, seit einem Jahr, mindestens einem, anderthalb Jahre, ich warte immer da, wo es verfügbar ist und da kaufe ich ein. Es kann wirklich bei Amazon sein, egal welches Land von Amazon, da schlage ich zu. Es kann bei Smith sein, wenn ich das im Laden sehe, hole ich das. Es kann, weiß ich nicht, bei Time for Action Toys sein. Dann schlage ich zu. Wo was verfügbar ist, schlage ich normalerweise zu. So, jetzt habe ich es lange nicht mehr so gemacht, ja, dass ich hier vorbestellt habe und jetzt bin ich mal gespannt, wo was als erstes auftaucht. Das werde ich dann natürlich vorbestellen. Ich habe auch nicht nur bei Big Bad Toy Store vorbestellt, nein, ich habe auch, wo ich selber überrascht war und eigentlich auch schockiert war, weil es eigentlich gegen jetzt meine aktuellen Strategie ist, auch bei Amazon tolle Origins-Figuren vorbestellt, ja, wie der Talon Falter mit dem Point Dread, ja, den gab es da, auch den Drachenkämpfer Skeletor, ja, und was, ihr wisst ja alles, was da alles angekündigt ist. Macht ihr das auch noch? Bestellt ihr vor? Vor allen Dingen habe ich mir auch die Frage gestellt, egal was man vorbestellt, da habe ich auch bei anderen Produkten, bei anderen Anbietern, habe ich festgestellt, da können manchmal die Anbieter auch gar nichts dafür, wenn Mattel sie wieder mal hängen lässt, dass sie da die Figuren nicht rechtzeitig bekommen. Das Problem ist, man bestellt vor, man bezahlt, die anderen bekommen die Figuren, egal aus von welchem Shop, man wartet und wartet und wartet und man bekommt nichts oder sehr spät. Das ist, also das heißt ja auf Deutsch, der Shop, der von mir Geld bekommen hatte, kann mit meinem Geld wochenlang, monatelang, beziehungsweise wirklich von wo ich das Geld eingezahlt habe, bis diese Figur letztendlich losgeschickt wird, mit dem Geld, sprich via Zinsen, kann er wirklich damit wirtschaften für sich. Ja, also das ist eigentlich Zinsen fallen da an für den Online-Shop-Betreiber. Hört sich erstmal hart an für uns, ja, weil das Geld ist ja bei uns nicht mehr da und der Shop kann sich da gesund stoßen, aber man muss auch den Shop verstehen, klar, die brauchen auch Sicherheiten. Das heißt, wenn viele Leute, sagen wir mal, die Wave 14 bestellen, ja, haben sie eine Sicherheit, weil die müssen das Kontingent ja bestellen. Es gibt natürlich manche Online-Shops, die sind natürlich sehr kundenfreundlich und die sagen, ihr bestellt es dann, wenn wir verschickt haben. Aber viele Online-Shops, das verstehe ich auch, die müssen eine Sicherheit haben, damit die die Ware auch losbekommen. Es bringt ja nichts, die bestellen dann, sage ich jetzt mal, hundertmal den Point Red, ja, mit dem Tellenfalter und dann springen viele Leute ab, weil sie es woanders finden. Dann stehen sie natürlich da und sitzen sie da mit der Ware und kriegen sie sehr, sehr, sehr schwer los. Das verstehe ich schon. Aber durch diesen Pre-Order haben auch viele Online-Shops natürlich die Gewissheit, erstens die Ware wird abgenommen, ja, was sie bestellt haben, kriegen sie auch los. Zweitens, sie können auch damit noch ein bisschen Geld machen, zusätzlich durch die Zinsen. Ist wirklich auch sehr hart, aber das Ding geht bei mir so im Kopf rum. Ist natürlich auch Kacka für uns irgendwo, aber natürlich toll für die Shops. Ja, wie handhabt ihr das? Bestellt ihr auch noch vor? Und wie seht ihr das, wie gesagt, mit dem Preisverfall? Jetzt komme ich wieder ins Reden. Ist ja natürlich auch ein Real Talk. Ihr seht es natürlich hier mit Ludwig und einer Tasse Kaffee hier und ich denke über sowas nach. Jetzt gerade, wo ich es denn aktuell auch auf Ort gesehen habe. Und wir waren mal vor kurzem, waren wir mal in einem Müller-Drogeriemarkt in der Nähe von Düsseldorf und da sahen wir eine Menge Figuren, eine Menge auch ältere Figuren der Origins, ja, die lagen da. Die wurden ein wenig reduziert, nicht viel, aber die wurden reduziert. Und dann haben wir gefragt, warum so viele Figuren auch von den gleichen da liegen. Und die Verkäuferin war relativ ungehalten, aber ehrlich, die war nicht unfreundlich. Nein, das kann man nicht sagen, aber die war ein bisschen ungehalten und sagte, schauen Sie mal, darauf sitzen wir jetzt mindestens zwei Jahre und wir kriegen das nicht los. Da waren so Sachen bei, wie die Green Goddess, Flying Fist Seaman, Wind Raider, Pantor, der LOP Beastman, LOP Merman, was auch immer, ja. Weil die Leute haben damals, und da komme ich wieder dazu, mit der Sicherheit des Vorbestellens, die Leute haben das alle bei uns vorbestellt, und dieses gar nicht abgeholt. Und so blieben wir auf unsere Ware bis heute sitzen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich. Okay, das ist ein großer Konzern. Trotz allem ist es auch für den Konzern ein großes Manko, auf der Ware sitzen zu bleiben, weil die wenigsten möchten noch eine Green Goddess haben. Und die waren ja, was ich gesehen habe, auch da in dem Laden waren sie alle gepanscht. Das waren noch nicht mal die Karten, wo ich sagen würde, das sind sammelwütige Karten, die kann man sich noch mal holen, sich noch mal schön zu Hause drapieren. Nein, das war das noch nicht mal. Aber die Verkäuferin war sehr abgenervt, weil die Leute sich natürlich alles bestellen, vorbestellen, bestellen in dem Fall und gar nicht abholen, weil sie es dann günstiger oder schneller woanders finden. Da verstehe ich natürlich auch die Online-Händler, die dann sagen, nee, wir möchten Vorkasse haben, damit wir dann nicht auf unserer Ware sitzen bleiben. Das verstehe ich. Aber wie gesagt, man muss auch hinterfragen, das Konzept ist natürlich ein lukratives Geschäft, dann kann man auch ein bisschen ein paar Mark nebenbei machen. Hört sich hart an. Ich möchte auch keinen angreifen. Da sind ja viele Online-Shops so betroffen. Und so große Konzerne wie Amazon, da hat man ja Glück, man bezahlt ja erst, wenn die Ware verschickt ist. Ja, ist für uns Kunden sehr freundlich. Darauf würde ich immer wieder zurückgreifen. Aber für die kleinen, kleinen Unternehmen, die wie Pilze aus dem Boden gewachsen sind, auch das ist so ein Thema. Ja, es gibt mittlerweile so viele deutsche Online-Shops, die zum Beispiel Masters oder Star Wars vertreiben. Ich weiß gar nicht, wo die alle hergekommen sind. Von den meisten Namen höre ich gar nicht. Ich habe vor kurzem mal Origins-Figuren bestellt bei eBay Kleinanzeigen. Und dann gucke ich da in den Karton rein, da war Werbeflyer drin von einem Shop, den habe ich vorher noch nie gehört. Da denke ich mir, wow, schon wieder ein Shop aufgemacht. Ist vielleicht auch eine Überflutung. Ja, viele denken, das kann man wirklich mit den Origins Geld machen. Ja, oder mit den Star Wars. Die Sammler, die sind ja alle im Retro-Feeling. Ja, die wollen alle Figuren, Figuren, Figuren haben. Versuche ich mal mein Glück. Und die wenigsten, glaube ich, werden noch überleben, weil das Geld sitzt ja sowieso knapp. Aber das ist ja ein anderes Thema. Da habe ich ja auch schon mal einen Real Talk hierbei kurz aufgemerkt gemacht. Aber mein Fazit jetzt zu diesem Video, warum wir uns hier eigentlich zusammengefunden haben, ist, erstens mal der Preisverfall, ja, der enorm ist. Lohnt sich da, wie gesagt, ihr könnt unten rein kommentieren zu den Fragen, wie gesagt, lohnt sich überhaupt sofort die Figuren oder die Fahrzeuge von seiner Lieblingstoyline zu kaufen? Oder wartet man doch vielleicht den einen oder anderen Monat ab und holt sich dann günstiger seine Lieblingstoys? Oder holt man den doch relativ sehr schnell, weil als Fan muss man ja sofort alles haben, ja? Das sind die Fragen, ja? Oder die nächste Frage ist, macht ihr noch Pre-Order, ja? Bestellt ihr noch vor bei den Online-Händlern? Wenn ja, schreibt unten rein, warum und wenn nein, natürlich auch unten eure Antwort, warum nicht? So, damit soll es auch jetzt gewesen sein mit meinem aktuellen Real Talk bei Kurz aufgemerkt. Ludwig hat wieder gebannt zugehört. Ihr habt gesehen, wie brav der Kleine hier vor mir sitzt. Ludwig bestellt auch immer sein Hundefutter bei mir vor. Jeden Morgen. Er steht am Bett, schlägt mir auf den Po, wenn ich noch schlafe und dann weiß ich, er will sein Futter schon mal vorbestellen. Und dann muss ich natürlich sehr, 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 sehr zeitnah ausliefern, sonst locht der Kleine mürrisch, ne? So läuft das hier mit dem Pre-Order für sein Essen. So, damit beschließe ich die heutige Ausgabe von Kurz Aufgemerkt und ja, dann sehen wir uns wieder bei einem der nächsten Videos. Bis dahin bleibt auf alle Fälle gesund und weiterhin sammelwütig. Tschüss! Koalig mal wieder Sie noch Zeit! 19AC- Bundeskinder deactivation 11AC- Absicht Kip pertaining oft Z